hallöchen meine sehr verehrten zuschauer liebe freunde ich bin's wieder euer pro gamer wir haben heute sonntag bzw neujahr erstmal wünsche ich euch ein frohes neues jahr bleibt gesund bleibt erfolgreich und dann bleibt auf meinem kanal ok so ich habe schon mal wie immer gestartet das spiel rocket league das spielen wir natürlich lade ich euch herzlich ein zu einem neuen video auf meinem kanal wir gehen kurz mal auf spielen zwanglos 3 gegen 3 und die so läuft so ja wie jeden sonntag geht noch mal kurz auf klo danach in die küche holt euch den ein oder anderen snack und dann macht es euch bequem füße hoch kissen ab geht's so okay lautsprecher ist an alles super okay ja ich hoffe ihr hattet eine geile feier gestern und seit gut in das jahr 2023 gerutscht ich habe mich hier zu hause voll laufen lassen mir geht es auch noch nicht besonders aber geht schon so anschnallen ab geht's die trau schade so muss der ball so welche farbe bin ich hier blau ne ja ja hey haut ihn weg hoffentlich wird das hier nicht der neue sasuke hoffentlich wird das hier nicht der neue sasuke jetzt starte ich wieder von hinten scheiße ja oh alter der ist immer so hoch ah alter äh okay ich hole mir erstmal nitro ja und dann gucken wir mal wo der ball ist da warte mal oh ne geht natürlich nicht rein das ist klar oh scheiße warte oh alter ja rüber damit vorlage ne wo ist er denn jetzt da da das ist nicht gut so nitro habe ich oh man junge oh scheiße wo ist der ball da okay okay so einmal oh was macht der denn da na schade weg damit schön ach nicht schön oh oh alter er geht rein nein den holt er da raus solle fotze vorlage nein scheiße warte wo ist er keine ahnung äh äh da ja schön dr schottes ok sehr schön ok sehr schön ok 1 zu 1 oh schade ja weiß ich nicht wo ist der ball hä hä da da ach man ja das ist miss wir holen nitro und dann greifen wir an schade auch schade haut er mich da hinten rein du mit absicht hat er das gemacht ja damit ich nicht zum geilen schuss kommen das drecksau ja ne muss der ball keine ahnung da ach man scheiße man ah shit so schnell kann ich nicht so hoch springen ey er soll nicht rein gehen ey warte wo ist er da schön ah alter gleich abgewehrt oh alter ja jetzt rein damit hinterher ah nein spielt er da Torwart die Fotze wo ist der ball jetzt ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ne da zack drehen damit nein 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 was mache ich scheiße scheiße ja das hab ich natürlich scheiße oh ich hab den da eben nicht reingekriegt ich hab den da nicht reingekriegt ich hab den auch noch selber wieder raus geholt da scheiße scheiße toll 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 das verlieren wir auch nicht ja was für ein scheiße echt ja so wir müssen mal gucken dass wir da gleich auf bereit gehen ja so ich musste eben noch mal kurz an die quatsch aufbereit so Dr. Shatters ist raus, okay das war ein scheiß scheiß Anfang, aber was soll's ja jetzt haben wir das Jahr 2023 oh, ich hasse den Januar, Februar und März ich hasse den ich hasse den weißt du, da ist nix los nur Arbeit, Arbeit und Arbeit keine feinen Tage, gar nichts von Captain Braddock jawohl ja ja Januar Februar, März das einzige, worauf ich mich freuen kann ist dass ich im März ne Woche Urlaub mach so praktisch die erste oh, die erste Woche im Jahr schön ja und das dauert noch ne Woche Urlaub im März ja, leck mich am Arsch Tor Captain Braddock so wollen wir das sehen endlich krieg ich auch mal so ne geilen Vorlagen hier 2-0 anschnallen oh oh, ich hab kein Nitro Vorlage schön Vorlage rein damit ey, was seid ihr denn für Pflaumen wo ist der Ball da schön hinterher ah, ich krieg den da nicht mehr shit wo ist der Ball da hab ich Nitro nein hol ich mir erstmal so oh, alter ich wollte die gerade ballern Pfotzen ja, toll warte mal was bin ich überhaupt rot, ne ja ok hey du Verlaume oh, der ging aber hoch warte mal warte mal da ist er da ist er ne shit schön ok kann ich ihn mir holen oh, alter ich krieg den ne wo ist der da ist er oh, da ist er oh, schade da ist er Tor von Captain Braddock jawohl ja alter was ist das ja für ein geiles Spiel hier 3-1 so dann machen wir jetzt auch nochmal eins hier ah, schade da kommt immer so viele in die Mitte wo ist der Ball da es wird natürlich nichts hab ich die Tor rein ah, schade da ist er ne, ich muss erstmal die Tor haben ja ja so dann hauen wir ihn mal nach vorne ach, der ist schon vorne ach, der ist schon vorne ach, der ist schon vorne ach, scheiße ah ja, wo ist denn der jetzt ok oh wo ist er keine Ahnung oh oh man ich hab nitro ah nicht mehr ok wenn ich weiß ja schön so 4-1 das sieht doch schon mal gut aus was was macht mein Rocket League hier äh quatsch was macht mein Samona Swann so ok warte, warte, warte wo ist er? da ah scheiße wo bin ich eigentlich wo bin ich eigentlich in meinem Tor oder ah ne oh da ist er jetzt hab ich natürlich äh kein Nitro haut ihn rein ne ok oh jetzt geht er rein scheiße ja so wir haben noch eine Minute 13 ja ok oh schön schön ey wieso war das nicht mein Tor hä die Fotze wa naja egal so 5 zu 2 na warte mal wo ist der Ball hä da hab ich nitro ne scheiße ja ok ach Mist schön meine Vorlage oh der war ja aber geil voll von der Seite nicht schlecht so ja wie gesagt ich hab überhaupt keinen Bock zu arbeiten im Moment ne ich hab so die Schnauze voll ja gerade jetzt Januar, Februar das schockt überhaupt nicht ah ich kriegte nicht 6 zu 3 ok ist aber ein ausgeglichenes Spiel ist nicht schlecht ja ja war auch wie der Schaki ne ja der hat auch schon 3 Tore gemacht der Wichser ach schade wo ist der Ball ah ich war fast im Tor aber nicht weg so schön oh ich hab kein Nitro warte mal ah ja schade wo ist der Ball ah 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 Mist so wir haben gewonnen sehr schön ich bin der Vollstrecker ja so so ich muss eben nochmal wieder mein Samones Wash starten hier Rocket Pass Dingo Raskal Streifen ok ähm ja warte mal ich muss mal kurz weitermachen ja so dann gehen wir mal auf bereit äh bereit ja oh Alter ich hab 531 Punkte ja nicht schlecht das war nicht schlecht so Schaki wenn der in meiner Mannschaft wäre das wäre nicht schlecht aber ich glaube nicht mal sehen anschnallen ok was sind wir rot ja ach scheiße ich dachte ich krieg den ich hab kein Nitro ne scheiße ah wo ist der Ball da na warte mal ich hol mir mal Nitro und geh ins Tor ja oh oh Alter was soll das denn warte mal ich hol mal mal Nitro oh 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 Alter krieg ich den noch nicht mal warte mal das ist das blaue Tor ne oder aber wo ist der Ball hä ach da schön ah Mist ok geht er rein schön Tor 1 1 0 schön wir müssen mal sehen ob wir jetzt mal ein Turm machen hier ah schade schade ich konnte ihn äh erwischen aber da kam ja einer dazwischen ja ja wo ist der Ball aber wo ist der Ball ah scheiße warte mal hä ach da ja schön meine Vorlage ja Sharky oh Sharky ist in meiner Mannschaft geil der ist ganz cool so 2 2 0 2 0 Vorlage oh Alter ich krieg den nicht jetzt häng ich an der Decke ok da ist er da ist er ah Mist ne warte mal lass uns mal zurück gehen weil jetzt nimmt der mir das Nitro weg so wo ist der Ball ja ach schade irgendwie hatte ich die Kontrolle kurz vorher verloren ja ja da ist der Ball ah Mist ich krieg den nicht oh alter ich krieg den irgendwie nicht wo ist der Ball da nochmal kurz Nitro so ah Alter ich wollte springen und mach Nitro weil ich so aufgeregt war scheiße ah toll geht er rüber ah Mist ah schade hätte er den nicht hätte er den nicht dann hätte ich ihn reingehauen wo ist denn der Ball da scheiße das war meine Schuld irgendwie ein bisschen ja ich dachte ich könnte ihn da so rüberhauen aber der ist direkt vorm Tor runtergekommen scheiße naja kann man nichts machen 2 1 immer noch ok geht er rein weil schöne Bande ah Mist schade ja hä achso alter was ist das bloß für ne scheiße nein jetzt müssen wir erstmal ein Tor machen wieder ok Seite ist gut anschnallen ah Mist schade schade der war zu doll da sind da noch Leute inzwischen gekommen wo ist der Ball ist das denn ich bin noch ich bin noch rot ach maaaaann jetzt komm ich da nicht hinterher und ich hab wieder kein Nitro heim noch mal AHHHH TOR TOR Captain Braddock jawohl ja warte mal das muss ich mir mal angucken Wie ist das denn passiert? Ach so. Latte. Okay. Geil. Schön. 3, 2. Oh Mist. Wo ist der Ball? Lass uns mal ans Tor. Ich hab nämlich nur noch 44 Minuten. Oh. Nein. Oh, weg damit. Schön. Ah nee, ich krieg den nicht. Warte mal, lass uns ins Tor. Oh Alter. Nein. Mann. Kann doch nie wahr sein. Scheiße. Scheiße. Och Mann. So, du verteidigst ihn am Arsch. Scheiße. Ah, der geht nicht rein, ne? Nee. Scheiße. Nee. Mist. Steht 3 zu 3, ne? Gibt Verlängerung, ne? Oder? Ja. Ja. Ah, scheiße. Leider starte ich von hinten. Ja. Mist. Oh nein. Oh. Nein. Ich hab bloß kein Nitro. Zack. In die Mitte. Schön. Tor. Jawohl. Sharky. Meine Vorlage. 4 zu 3. Golden Goal. Gewonnen. So, was sagt die Uhr? Okay. Ein Spiel können wir noch machen. Ja. Ein Spiel können wir noch machen. Ja, was hab ich gemacht? Ich saß gestern zu Hause. Hab Fernseher geguckt. Und mich mit Cola Whisky volllaufen lassen. Dann hab ich um 12 aus dem Fenster geguckt. Ein bisschen. Nochmal in die Wanne gekotzt. Jo. So. Gehen wir mal auf bereit. Ja. Okay. Was? Ach, alles klar. Gut. Dann sind wir auch gleich fertig. Jo. Lief doch ganz gut heute, ne? Oder? Würde ich sagen. Jo. Oh, was mach ich denn wieder? Oder wär ich sowieso nicht hingekommen? Äh, Tor? Nee. Nee, doch nicht. 0-0. Steht's. Oh, schade. Der geht nicht rein, ne? Nee. Ich bin noch rot, ne? Ich muss noch ins blaue Tor, ja. Ah, Mist. Ah, scheiße. Wo ist der Ball jetzt? Lass uns mal zurück. Hä? Da. Scheiße. Nee. Das bringt nichts. Lass uns mal ins Tor gehen. Oder, ja. Steht jetzt doch 2-0 für die blauen, ne? Oder 0-2 für die blauen, ne? Irgendwie ist das ein komisches Spiel. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht, oder? Hä? Achso. Naja, irgendwie. Naja, ist egal. Ist das letzte Spiel. Scheiß drauf. Irgendwas stimmt doch da nicht. Nee. 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 Warte mal. Okay. Ähm. Da gab's wohl ein paar Probleme. Wir sind eigentlich mit der Zeit soweit durch. Okay. Ja, dann, ähm. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Die ersten Spiele waren ja soweit in Ordnung. Dann habt noch einen wunderschönen Sonntag. Eine tolle Woche. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Bis bald, Rian. Und tüdelü. Vielen Dank.